Musik Ähm, Dings Wie heißen sie? Wababutt, aber Was? So ein Henkel, what the fuck? Okay, komm zurück Okay, ne, das kann ich jetzt nicht beunruhen Ah, ich weiß noch, okay Gut, 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 Ravi Ich weiß es Boah Also unser Weizenfels ist auf jeden Fall auch gut Wir haben jetzt Essen Oh mein Gott, was ist das denn für ein schöner Schmetterling? Gelb Orange Blau Rot Oder? Ne, orange Blau, schwarz, gelb Ist einer Ich hab gesagt, wir haben genügend Essen jetzt Wegen Dings Ja Ja Wegen Weizen Oder Äh, ich weiß Wir haben auch genügend Wegen Kirschen Ach du Scheiße Wie viele Eisenblöcke ich jetzt machen kann Ach du Scheiße Wenn man ein Stacks schmelzt, Alter Sind ja dann zwei Stacks Eisen Boah Das ist nice Wie schön das am Tag ist, wie viele Puppen hier einfach sind, Alter So, das reicht jetzt erstmal gerade 48 Eisen Die Eisen Kannst du nicht zunächst anschreiben Boah, guck mal, jetzt bist du auch schon so Teleportiert Ich hätte mit dir, wenn wir die Konsole Ja, wie ich Wie wäre Ey, lass schieten Lass dir pehen Ne, ne, das muss alles schon real sein Ja Ja Loll Dann machen wir nur so viel Wir brauchen erstmal jetzt hier den Controller Ne, ne, wir müssen ja davon erstmal paar Cases machen Dann brauchen wir ein Tier Wir haben ja langsam Tier genug Oder wenn du gleich zu Hause bist, kannst du erstmal Zaubertisch machen Du hast die Bücherregale mitgenommen Hä, ist doch eben gesagt Da waren keine Da wären welche Achso Ich hab gesagt Pfeil Okay, wir haben ja Leder, glaube ich Welchen brauche ich? Jetzt brauche ich den Ich brauche den auf jeden Fall Einmal Dann brauche ich das hier Redstone Lampen Zwei Stück Was ist das? Gebrannter Stone, ne? Ja Äh Wisst ihr was? Können die Ofen mal hier unten wieder machen Können den anderen schaffst du auch noch schnell Nice Das machen wir mal wie Peter Gut, dass ich auf Entdeckungsreise war So, den haben wir jetzt auch schon Ja, warte mal Boah, den brauchen wir nicht Den brauchen wir auch nicht Davon brauchen wir zwei Stück Jetzt habe ich kein Holz mehr Hä? Ich habe kein Eisen mehr Ach du Scheiße Brauchen wir viel Eisen, ey Äh, wenn ich hier so die Karte offen habe, ne? Kann ich, ähm, da auch ein Vape Ich glaube schon, aber der wird nicht gespeichert Das war das, glaube ich So, und jetzt kann ich den hier bauen, ne? Perfekt Äh, ja Ja, ja Du musst gerne mal wieder schlafen, ne? Perfekt So Wie viel machen wir? Wir machen, glaube ich, am Anfang erstmal einen kleinen Reaktor, oder? Ja, okay, gut Brauchen wir davon einen Und dann oben drauf so einen Scheiße, wir brauchen noch so einen Für die andere Seite Dann nochmal eine Chaste Und dann Kann man den nochmal bauen, so Eisen und dieses Glas Okay, dafür brauche ich wieder viel Eisen Ja, ne? Ich liebe dieses Jump-Teil Damit ist man Sau Schnell Aber die Sherrys brauchen wirklich sehr lange, um zu wachsen, ey Naja Mhm Man, geh weg, Alter Wie geht das? Da ist das Wüstendorf So, das ist voll Dann können wir zwei Ingots noch machen Und dann sechs Blocks noch Hier, geh ich ab Hm Wie viele Kilometer noch? Äh Nein Keine vier mehr Okay, so Jetzt Müssten wir wieder Okay Das reicht erstmal Ey, wie in der Smetery einfach so viel Blut jetzt langsam wird immer Von den blöden Schmetterlingen, ey Mensch Jetzt einlegel dich doch erstmal Was? Was sind sie jetzt? Was? Blöd oder blöd? Gut Die Schmetterlinge Ne Ja, aber du hast gerade blöd gesagt Es ist halt blöd, dass sie reinfallen Achso, die Waben droppen das See rum Warte, ich will mal eine Wabe abbauen Oh, okay Kaputt 300 Kilometer Okay 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 Noch vier Blöcke Komm Dann machen wir das gerade voll Ne Das dauert zu lang Ist ja immer noch dieser komische Blaze Jetzt weg Ich kann also rein Was zum Henker Ist das? Hill Chevy Boy Boy Irgendwas Hill Chevy Bowlen Was denn? What the fuck? Ähm Inscriber Silicone Press Ah, jetzt ist es da drinnen Ja So So, jetzt reichen mal drei Blöcke Äh, drei Eisen Abgehen Das tun wir in Kiste Das brauchen wir jetzt nicht Sondern brauchen wir noch die ganzen Casings Okay Wo sollen wir das hinbauen Ich werde hierfür So, machen wir mal ein bisschen hier Platz Ne Alles klar Böller hat noch lauter rum Ich verstehe die Menschheit nicht Warte, wo kommt denn das Dorf Ach, da unten Dauernd noch So Ich hoffe, das bringt wenigstens mal ein bisschen Energie, ey Weil wie sollen wir denn später Die Dragon Blöcke mit paar Millionen Energie vollen Scheiße da So, jetzt bauen wir auch mal was Leute Nicht immer nur Farmen So, das reicht ja hier Ein Reaktor Was brauchst du denn? Scheiße, Alter Ich hoffe, der fliegt nicht um die Ohren Ja Okay, ist ja ein kleiner Dings Nur Aber trotzdem Warte, ich muss trotzdem jetzt noch ein paar davon erstellen Weil es gibt sozusagen Du musst den Reaktor kühlen Mit Flüssigkeit Die beste Kühlung ist Enderflüssigkeit Aber da wir noch keine Flüssigkeit haben Muss ich das mit Wasser tun Und was er kühlt hat Jetzt nicht so richtig Das ist halt das Problem Dann hoffe ich gleich mal Wenn ich ihn anmache Dass er jetzt nicht Hallo, Akbar Dann ist unser Haus weg Ja Und alles, was drin ist Na Ich hoffe nicht Weil ich Ich das Kleinbaue Halt Ich baue das klein Deswegen Aber wir wollen testen LOL Scheiße, den können wir eh noch nicht so laufen lassen Weil wir noch nicht mal so viel Lohnrouten haben Also, Digga Noch ein Dungeon Okay Ja, der ist auch hier drin Aber die Kisten looten Äh, Ghoststone Kommt man nicht, oder? Was ist in der anderen? Nice Oh, ein Diamant Zwei Aquamarine Gold, Eisen So, was schmeiß ich dann jetzt hier raus? Was ist, wenn ich jetzt den Controller abbaue? Ist das ganze Blut weg Genau Nice Oh, nice Also, ich hab fast den Reaktor über ein Stack Eisen verbraucht, ne? Ey, das ist so heftig Mhm Komm, wir haben einfach so viel noch, damit wir noch was haben Rechts und links kommen dann Warte mal Tschüss, Bruder Können wir ja gar nicht suchen Okay, ich bin am Dorf Oh, Schmetterling Zieh dich Ach, du heilige Scheiße Setzen wir den Controller mal hin Setzen wir den da hin Den da hin Das ist Output Setzen wir hier hin Und Dorthin Okay, jetzt brauche ich noch mal Drei, vier, fünf davon Und fünf davon Nehmen wir so einen kleinen Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern Da sind noch nekisch Bäume Und nehmen nur die Setzlinge mit Mach ich So, wo ist das ganze Eisen hier? Da ist noch was Sonst haben wir nichts mehr von Eisen Scheiße Die Geich bekommen Geich so wirklich um ein Stack Von den Setzlingen zusammen Und ich bin ein bisschen am Arsch Wir haben nichts mehr so viel Eisen Und ich brauche noch viel Eisen Sehr viel Für den Reaktor Äh, ja Wann mal, was brauchen die denn nochmal hier? Ach, du Scheiße Oh mein Gott Ich hoffe, das Gold reicht noch Komm, wir schmerzen Die letzten Grad nochmal Was ist der Kohle? Ähm Let's Wollen wir ein bisschen was haben Linge Tun die letzten sechs Eisen noch rein, Leute Und dann Um, durch On, durch Und dann